Die Aktienmärkte klettern weiter. Krieg, Inflation, Lieferengpässe scheinen die Börse gar nicht mehr zu interessieren. Es sind aus meiner Sicht ganz andere Einflussgrößen, die den Markt da gerade treiben. Das ist doch nicht mehr normal, sollte man eigentlich sagen. Wir haben Krieg in Europa und Probleme zuhauf, aber der Aktienmarkt klettert und zwar stark. Der DAX hat sich über 2000 Punkte von seinem Tief mittlerweile entfernt und wir hatten ja mal eine Sendung dazu, a, dass eine Erholungsrallye wahrscheinlich war, die haben wir jetzt voll gesehen und b, dass das Tief aber vermutlich fürs nächste Jahr noch nicht unbedingt das Tief gewesen ist. Wenn wir uns jetzt mal die Erholungsrallye angucken, dann sind wir jetzt langsam in einem Bereich angekommen, wo die großen Widerstände tatsächlich winken. Also der übergeordnete Abwärtstrend, eigentlich der letzte Abwärtstrend, den man hier noch knacken müsste. Dann haben wir die Auffankzone, die lange eine Unterstützung nach unten war. Also hier der Bereich von 14.800 Punkten ist wahrscheinlich, dass der zumindest noch angelaufen wird. Und für alle die, die aber sehr pessimistisch sind und jetzt vielleicht schon eher auf die Shortseite gehen wollen, Ich würde abwarten bis zu einer solchen Marke, das ist ein guter Punkt, an dem man ansetzen kann. So, was ist aber jetzt der Grund dafür, dass es überhaupt so steil nach oben gegangen ist? Denn es hat sich doch von der objektiven Seite her gar nicht so viel verbessert, eigentlich sogar eher verschlechtert. Aus meiner Sicht sind es drei große Bullen, die den Markt gerade nach oben treiben. Und der erste Bulle, den hatte ich schon mal in einer eigenen Sendung auch aufgezeigt, das ist das typische Verhalten von einer Börse in einem Krieg. Ich hatte Ihnen damals mal einen Chart gezeigt zu dem letzten großen Krieg, den es auf dem europäischen Kontinent gegeben hat, nämlich der Zweite Weltkrieg. Und da war es so, dass die Börse schon weit vor der Beendigung der Kriegstreiberei schon stark angestiegen ist. Und wo war das Tief? In dem Fall vom US-Aktienmarkt, die deutsche Börse war ja geschlossen, war ungefähr um den Bereich, als das deutsche Reich seine maximale Ausdehnung erreicht hatte. Das war nämlich im Sommer 1942. Und die Börse ist ja sowieso immer eine, die Dinge als erstes erkennt und als erstes vorwegnimmt. Und hier, ein, zwei Monate vorher, hat sie ihr absolutes Tief markiert und ist dann bis ins Jahr 1945, also bis zum tatsächlichen Kriegsende, schon deutlich angestiegen. Aktuell sehen wir es so, dass der Markt immer optimistischer wird, dass sich dieser Konflikt langsam wieder einpendelt. Ich meine, von der Öffentlichkeit her sind jetzt die Sorgen immer größer. Gibt es jetzt tatsächlich noch einen Atomstreit, werden Chemiewaffen eingesetzt und so weiter. Aber die Börse, die preist ein, dass der russische Präsident gesagt hat, wir ziehen uns jetzt mal zurück auf die Befreiung, in Anführungsstrichen, des Donbass. Das heißt, die Märkte gehen davon aus, dass es vernünftig gelöst werden kann. Zumindest zeigen das die Kurse so. Das ist der erste Punkt. Der ist natürlich recht spekulativ. Können wir gerne uns nachher auch noch im Chat beziehungsweise in den Kommentaren darüber unterhalten. Der zweite Punkt aus meiner Sicht, der zweite große Bulle im Markt, ist, dass die Anlegerschaft doch in den letzten Wochen richtig, richtig pessimistisch schon gewesen ist. Und dass jede Meldung, die jetzt kommt und den Pessimismus nicht komplett deckt, eigentlich positiv aufgefasst wird. Ich habe Ihnen nur mal als Beispiel, da könnte ich jetzt ganz viele Grafiken Ihnen so zeigen, mitgebracht, die Cashquote, die durchschnittliche Cashquote von US-Fondsmanagern. Die sehen Sie hier unten in pink. Und die liegt so ganz klassischerweise immer so zwischen 3 und 6 Prozent. Und jetzt sind wir aktuell so, dass wir bei 5,9 Prozent Cashquote liegen von den US-Fondsmanagern. Das ist richtig, richtig viel. Das ist so viel wie zuletzt im März 2020. 2020, also zum Peak der Corona-Sorgen und der Corona-Pandemie. Und auch wenn Sie jetzt weiter nach hinten gucken, also so Levels hatten wir nur in ganz wenigen Krisenzeiten. Und es waren ziemlich mit großer Sicherheit immer vorläufige Tiefs an den Aktienmärkten. Und sowas haben wir jetzt auch wieder gesehen. Das heißt also, der tiefe Pessimismus, der speist die Möglichkeiten, die die Aktienmärkte nach oben hin haben. Und einen dritten Bullen sehe ich zumindest auch noch. Und das sind die mittlerweile gerade in der zweiten Reihe wieder deutlich auch zurückgekommenen Bewertungen. Also wenn wir uns mal das Forward oder Vorwärts-KGV angucken. Also die Schätzungen für das laufende Jahr. Dann sind wir hier, habe ich Ihnen mal mitgebracht, vom Russell 2000 Index. Dann sind wir hier bei einem KGV mittlerweile angekommen. Geschätzt von 23,5. Jetzt kann man natürlich sagen, sind die ganzen aktuellen Entwicklungen da schon eingepreist. Müssen nicht durch die immer stärker ansteigenden Preise und durch die Lieferengpässe und so weiter, müsste da jetzt nicht die Gewinnschätzung deutlicher nach unten gesenkt werden. Ja, vielleicht. Aber wenn man die aktuellen Schätzungen nimmt, dann liegen wir sogar unter dem Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Und das trotz steigender Zinsen immer noch bei einem ziemlich niedrigen Zinsenstand. Das heißt, rein von dieser ersten groben Betrachtung her wäre es durchaus angemessen, beziehungsweise kann man durchaus rechtfertigen, dass die Aktienmärkte auch mal um 10, 20 oder sogar 30 Prozent wieder klettern. Und das gilt hier insbesondere für die zweite Reihe. So, das sind aus meiner Sicht die drei Bullen, die den Markt gerade nach oben ziehen. Es gibt natürlich auch einen großen Bären. Also für mich der größte Bär, ich könnte sagen der Problembär, der im Raum steht, sind tatsächlich die Zinsen, die richtig stark ansteigen. Hier mal die zweijährigen Staatsanleihen. Wenn man die überlagert mit dem tatsächlichen US-Zentralbankzins, der jetzt vor kurzem erst erhöht worden ist, dann impliziert uns die zweijährigen Staatsanleihen von etwas mehr als 2,4 Prozent, dass wir noch zumindest neun bis zehn Zinserhöhungen bekommen bis zum nächsten Jahr. Und der Markt spielt das aktuell nicht, diese Karte, aufgrund der drei Bullen, die wir gesehen haben. Aber irgendwann wird dieses Thema wieder aufploppen. Wir werden das hier an der Stelle dann auch näher thematisieren. Und jetzt denke ich mal, können wir uns näher darüber unterhalten. Unten, ich bin gespannt, was Sie zum aktuellen Markt sagen. Wie gesagt, für die nächste, zumindest kurzfristige Zeit, bleibe ich noch erstmal weiter bullisch. Wie gesagt, für die nächste, zumindest kurzfristige Zeitung.